Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Der große Augenblick ist gekommen. Thomas, halt bitte den Mund. Danke. Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüsseln trugen sie in ihre Kleidung gewickelt auf ihren Schultern. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuertem Brotfladen, denn er war nicht gesäuert. Weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hatten warten können, so hatten sie sich auch keine Wegzehrung bereitet. Die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Herrscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese, dem Herrn geweihte Nacht. Ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen. Mose beschreibt diesen großen Moment in der Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten. Lange, viele Monate vorher hatte Gott Mose das gesagt am Berg Horeb in dem brennenden Busch. Er hatte ihm gesagt, du wirst das Volk Israel herausführen. Der Pharao wird nicht auf dich hören. Und er hat ein hartes Herz. Er muss durch eine harte Hand gezwungen werden. Und am Ende wird, werde ich eine große Plage über Ägypten bringen, die, dass die Erstgeborenen sterben. Und dann werden sie euch rausjagen. Aber ihr werdet nicht am Arm hinausziehen. Hier steht, zum dritten Mal, zweimal wurde das angekündigt, in Kapitel 3, Vers 21 und 22 und dann in Kapitel 11, Vers 2 und 3. Zweimal hatte Gott Mose gesagt, dass das Volk Israel sich Schmuckstücke ausleihen soll, sich geben lassen soll, von den Nachbarn, von den Ägyptern. Und hier steht, dass Gott dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben hatte und dass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. Und das ist schon irgendwie ein sehr krasser Vorgang. Wenn man sich das mal vorstellt, man geht zum Nachbarn und fragt, hier hast du ein paar Schmuckstücke irgendwie in deinem Tresor? Kannst du mir mal deine Diamantenkette ausleihen? Ich weiß es nicht, wie man sich das vorstellen kann, wie das passiert ist. Aber Gott hat irgendwie das Volk der Ägypter dazu gebracht, dass sie diese Kostbarkeiten dem Volk Israel ausgehändigt haben. Das Volk Israel musste ihre Nachbarn nicht überfallen. Sie haben sie nicht bestohlen. Sie haben sie nicht ausgeraubt. Sie sind ganz freundlich hingegangen und haben darum gebeten. Sie waren mutig und haben das getan, auf das Wort Gottes hin. Wir tun so viele Dinge nicht, auf die Art und Weise, wie Gott es möchte, dass wir es tun. Wir haben Angst. Wir erbitten und erbeten uns keine Dinge, die vielleicht Gott möchte, dass wir sie bekommen. Ja, auch von Gott selbst erbitten wir oft Dinge nicht. Gott sagt in seinem Wort Jakobus 4, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und der Grund ist vielfältig. Wie gesagt, teilweise ist es aus Stolz und Überheblichkeit, dass wir Gott nicht bitten oder dass wir Menschen nicht bitten. Teilweise ist es auch eine übertriebene, eine, ja ich sage mal, ein negativer Stolz. Eine Demut, die keine echte Herzensdemut ist. Eher ein Unglaube. Nicht Vertrauen darauf, auf unseren guten Gott, der uns gerne gibt. Und auch in seinem Auftrag, Menschen freundlich zu begegnen, unserem Nächsten freundlich zu begegnen. Nicht zu fordern, nicht einzuklagen, sondern etwas zu erbitten. Nicht mit Macht und Gewalt aufzutreten, sondern demütig, von Herzen demütig. Sie bitten, so wie Gott es ihnen aufgetragen hat und die Ägypter geben. Wer bittet, dem wird gegeben. Ich sehe aber in dieser Sache auch noch etwas anderes. Es ist natürlich, ein Stück weit ist es so, dass die Israeliten hier aus Ägypten ausziehen wie ein siegreiches Eroberervolk. Sie haben das Land, das sie erobert haben, ausgeplündert und ziehen siegreich aus ihrem Kriegszug zurück nach Hause. Es ist hier natürlich total anders. Ja, sie ziehen in das Land, was Gott ihnen gegeben hat. Wo die Väter gelebt haben, Abraham, Isaac und Jakob. Aber sie haben dort als Fremde gelebt. Sie werden dorthin zurückkehren, endlich nach Hause kommen. Und wie gesagt, sie sind nicht selber hier, die Kriegsherren. Auch später wird es dann ganz deutlich am Meer, wenn das Wasser dann über die ägyptischen Soldaten rüber geht. Mose sagt zum Volk Israel, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Des Herrn ist der Krieg. Er ist derjenige, der den Sieg errungen hat. Das Volk Israel erbittet sich von seinen Nachbarn Schmuckstücke und wird dann hinausgeführt. Ja, sogar hinausgedrängt von den Ägyptern. Die Ägypter sagen, verlass das Land. Geht hinaus. So eigenartig die Wege Gottes. Die Erlösung, die Befreiung. Ich musste noch an eine andere Stelle denken, an Markus Kapitel 10, Vers 28. Markus 10, Vers 28. Da steht, Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, das Volk Israel war in Ägypten und das steht hier ja auch in dem Text, 430 Jahre lang. Was haben meine Vorfahren vor 430 Jahren gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht. Es gibt vielleicht irgendwen, der seine Vorfahren so weit zurückverfolgen kann. Aber die allermeisten von uns können das nicht. Soweit ich zurückblicken kann, sind meine Vorfahren hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und haben hier in Deutschland gelebt. Das ist meine Heimat, wenn du so willst. Ich bin hier aufgewachsen in diesem Land mit dieser Sprache. Das ist meine Muttersprache, Deutsch. Das ist die Kultur, in die ich hineingeboren bin, hineingewachsen bin, aufgewachsen bin. Und so sind auch die Israeliten. Ja, sie sind, sie haben von Gott etwas bekommen. Sie haben etwas bekommen, nämlich den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat und Isaac und Jakob. Sie haben die Verheißungen bekommen auf das Land. Sie haben all die Geschichten, die Dinge, die Abraham, Isaac und Jakob und Josef und die Brüder erlebt haben mit Gott. Ja, sie haben sich diese Geschichten erzählt. Sie haben die Erinnerung bewahrt an die Vorväter, an Gottes Wirken. Diese Dinge haben sie lebendig gehalten und das hat sie zu einer eigenen Identität gebracht. Darüber hinaus die Beschneidung, der Bund der Beschneidung, der sie ganz klar abgesondert hat von den Ägyptern. Sie lebten in Ägypten, aber sie waren anders. Sie lebten ja auch an einem besonderen Teil Ägyptens, in Goshen. Und dann waren sie auch ganz schnell als die anderen unter Versklavung gekommen. Als die Fremden. Und all das hat dazu geführt, dass sie eine gewisse eigene Identität bewahrt haben, als die Hebräer, als die Israeliten. Und dennoch, so wie Mose aus dem Wasser gefischt wurde und in eine ägyptische Familie hineingekommen ist, dort, ja, letztendlich in der Kultur der Ägypter aufgewachsen ist, so sind auch die Israeliten. Man kann sich das nicht so vorstellen, als dass die völlig getrennt von Ägypten so ihr eigenes Ding gelebt haben. Nein, sie waren im Kontakt mit der ägyptischen Kultur. Mit der ägyptischen Religion auch. Und hier steht ja auch in dem Abschnitt, den wir gelesen haben in 2. Mose, dass viel Mischvolk mit auszog. Und dieses Wort Mischvolk bedeutet vermischt, ein vermischtes Volk. Es war eben nicht das Volk, einfach nur die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, sondern da wurde auch geheiratet. Untereinander. Ägypter und Hebräer. Es gab Leute, die ja so dazwischen standen. wie das so ganz normal ist. Und wo war ich jetzt? Wo kam ich her? Wo wollte ich hin? Ja, Mischvolk. So, hier steht, also sie haben, als sie auszogen, verließen sie etwas. Nämlich den Ort, wo sie bisher gelebt hatten. Die Lebensumstände, in denen sie bisher gelebt hatten. Die Sicherheit, die ihnen das auch gebracht hat. Der Alltag, selbst wenn es hart war und ja, auch härter geworden war, so hieß, bedeutete es jetzt auszuziehen, auch das Gewohnte zu verlassen. Auszuziehen aus diesem Sklavenhaus war nicht einfach nur ha, hurra, wir gehen jetzt raus. Sondern es hatte auch etwas Bedrohliches. Vielleicht etwas, ja, die große Unsicherheit. Wir haben das ja so ein Stück weit, so einen geschichtsträchtigen Moment. Wir haben uns vor kurzem daran erinnert, 30 Jahre deutsche Einheit. 31 Jahre ist es her, dass die Mauer gefallen ist. Wenn man sich so, die Fernsehbilder werden ja immer wieder auch gezeigt. Die Leute auf der Mauer getanzt haben. Das ist so ein Moment. Ein Volk spürt die Freiheit, erlebt die Freiheit von einem sklavischen System, von einem knechtischen System, wo du ständig dazu getrieben wirst, zu heucheln. Die Wahrheit kann nicht einfach so rausgesagt werden. Man muss immer damit rechnen, dass man irgendwie belauscht wird, dass man irgendwie vielleicht auch denunziert wird. und dann endlich dieser Tag, wo man ja auch diesen Schritt in dieses andere Gebiet setzen kann, was man nie durfte, wo man unter Lebensgefahr das nur machen konnte. Jetzt geht es plötzlich. Die Freiheit, die Freude, die damit verbunden ist. Ein ganzes Volk, was davon bewegt ist. Aber es gab unter den Menschen dort auch diejenigen, die schon von Anfang an gespürt haben, boah, was wird das jetzt werden? Was bringt diese Freiheit? Die die Unsicherheit gespürt haben. Und so viele, die dann auch so schnell ernüchtert waren, oder? Hier geht es um Petrus, der mit den Jüngern zusammen sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Es geht in diesem Zusammenhang um die Geschichte mit dem reichen Jüngling, wo Jesus sagt, wenn du das ewige Leben empfangen willst, dann lass alles los, was du hast. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und dann folge mir nach. Wage diesen Sprung in das völlige Vertrauen auf den Vater. Das völlige Vertrauen in mich. Und er tut es nicht. Er geht traurig weg. Er kann das nicht loslassen, was er hat. Und es zeigt sich, dass das, was er hat, ihn hat. Ihn festhält. Er will es nicht loslassen. Aber Petrus sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Er hat seinen Fischerbetrieb stehen lassen, stehen und liegen lassen. Seine alltägliche Sicherheit. Die Israeliten, sie ziehen aus und verlassen ihr gewohntes Leben, ihre Sicherheit. Die Fleischtöpfe Ägyptens, wie sie später sagen. Wo sie ins Murren dann wieder reinkommen. wir haben alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Und das ist diese Situation, das irgendwo hatte ich es gelesen, ich weiß nicht, in irgendeiner Predigt, dieses Beispiel, dieser Gedanke, wie ist das denn? Es gibt die Gefängnistüren werden geöffnet vor 30, 31 Jahren. Die politischen, die politischen Gefängnisse wurden geöffnet vor 30, vor, ja, in dieser Zeit des Umbruchs der Wende. So viele, zigtausende Menschen in der DDR, die politisch gefangen gehalten wurden. und die Gefängnisse wurden geöffnet. Ja, und wenn du lange in deiner Gefängniszelle gesessen hast, wir haben das so ein bisschen miterlebt bei unserem Bruder Marci, der so lange im Gefängnis war. Und als er dann rauskam, beziehungsweise als der Tag näher kam, dass er rauskommen sollte, so viele Ängste, so viele Zweifel, so viele Sorgen. Vielleicht bleibe ich doch lieber in meiner Zelle. Die Tür geht auf, die Freiheit ist da, du kannst gehen. Nee, ich bleibe lieber hier. Hier kenne ich alles. Hier kenne ich mich aus, hier bin ich sicher. Die Freiheit erscheint bedrohlich. Wisst ihr, wenn Jesus uns ruft in seiner Nachfolge, dann ist es doch das Beste, das Schönste, was uns passieren kann, mit Jesus unterwegs zu sein, mit Jesus zu gehen, tagtäglich mit Jesus zusammen zu sein, sein Leben zu teilen. ist doch das Schönste und Beste, was es geben kann. Gibt es nicht einen Menschen, der besser ist, der reiner ist? Wir suchen nach Freunden, wir wollen auch einen Freund haben. Viele von uns sind einsam und suchen einen Freund. Und jetzt sagt Jesus, komm, ich will dein Freund sein. Komm mit mir, geh mit mir. Das ist doch das Beste, was mir passieren kann. Dieser Jesus, die Liebe in Person, ruft mich auf, mit ihm zu gehen. Ich gehe mit dir, Jesus, egal, wohin auch immer. Ich gehe mit dir. Aber dann muss ich das alles verlassen. Ich muss das Gewohnte verlassen, was mir Sicherheit gebracht hat. Jesus möchte mich ganz haben. So will er sein Volk Israel ganz haben. Verlasse Ägypten. Zieh aus aus Ägypten. Und Petrus sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Die Verheißung von Jesus ist, wenn du es wagst, wenn du dieses Risiko eingehst und alles auf eine Karte setzt und meine Hand nimmst und mit mir gehst und es alles andere loslässt, du wirst nicht arm sein. Du wirst nicht arm sein. Du wirst nicht derjenige sein, der am Ende mit nichts dasteht. Im Gegenteil. Du wirst gesegnet sein. Du wirst reich sein. Und das erleben die Israeliten hier. Sie ziehen aus mit Reichtümern, obwohl sie die ärmsten Sklaven waren. Jetzt ziehen sie aus mit großen Reichtümern. Gott lässt sich nicht lumpen. Du kannst Gott nichts geben. Du kannst Gott nichts opfern. Alles, was du opferst, hast du von Gott empfangen. und wenn du ihm tatsächlich von dem, was du hast, was Gott dir gegeben hat, etwas opferst, dann wirst du nicht ärmer sein, sondern am Ende wirst du reicher sein. Jesus spricht von den Schätzen des Himmels. Da, wo du dich hingibst, wo du dienst, wo du etwas gibst, um seinen Namens Willen, da ist es am Ende ein Schatz im Himmel für dich. Und es ist natürlich völlig pervertiert, wenn es Prediger gibt, die diese Tatsache so umdrehen, dass sie Menschen dazu überreden, ja, dann investiere und du wirst am Ende reich sein. Aber wisst ihr, das ist nur der Beieffekt. Gott will uns nur zeigen, mach dir keine Sorgen. Er zeigt uns nur sein Wesen und seinen Charakter, dass er nämlich ein großzügiger Vater ist, der gibt und gibt und gerne gibt. Er will uns ermutigen, dass wir keine Sorgen uns machen und keine Angst haben, diesen Weg zu gehen. Aber es ist nicht ein System, wo du sozusagen rein zahlst und am Ende mehr rauskriegst, so ein Schneeballsystem. So viele Leute wollen uns anwerben für solche Systeme. Gib mir 50 Euro und in vier Wochen wird dir jemand anders 500, werden zehn Leute dir 50 Euro geben oder so. Keine Ahnung, diese blöden Systeme gibt es ja. Das ist weltliche Begierde, die hier befriedigt wird und das will Gott nicht. Darum geht es Gott nicht. Es geht nicht darum, dass unsere Begierde nach Reichtum, nach Wohlhabend zu sein, dass das irgendwie gestillt wird. Nein, er zeigt uns nur, wie großzügig er ist, wie gerne er gibt und wie er nicht ein Sklavenhalter ist, der uns ausnutzt und auspresst. Er segnet uns und er sagt, jetzt schon in dieser Zeit, sie nehmen es mit auf dem Weg. Sie sind noch gar nicht im neuen Land. Ja, sie werden in ein Land kommen, was von Milch und Honig überfließt. Sie werden in Häuser hineinkommen, die sie nicht gebaut haben. Sie werden in Gärten kommen, die sie nicht gepflanzt haben. Sie werden die Frucht des Landes essen. Sie werden Gesegnete sein in diesem neuen Land, wo Gott sie hineinführen wird. Aber auf dem Weg sind sie schon Gesegnete. Sie haben schon Reichtümer, die sie mitnehmen aus dem Land, wo sie hinausziehen. Der einzige Wermutstropfen, den Jesus hier bringt, ist unter Verfolgung. Ja, es heißt nicht, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir ein Leben ohne Leiden haben. Ja, wir leben in einer dunklen, finsteren Welt. Der Fürst dieser Welt ist immer noch am Regieren. Da ist immer noch Kampf da. Aber der Sieg ist schon gewonnen. Das ewige Leben ist uns schon verheißen und geschenkt. Wir haben die Anzahlung auf das Erbe, den Heiligen Geist empfangen. Zurück zu 2. Mose 12. Vers 37. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Hier wird eine Zählung angewandt, die wir immer wieder in der Bibel finden. Die Männer ohne die Kinder, wie auch bei der Speisung der 5.000, wird, ist es natürlich nicht die Speisung der 5.000, sondern der 5.000 plus x. Wir wissen nicht genau, wie viel. Weil nur die Männer wurden gezählt. Das ist ja wieder total frauenfeindlich. Wieso werden denn nur die Männer gezählt und nicht die Frauen? Die Männer sind die Verantwortlichen eines jeden Hauses. Jeder Mann wird gezählt und zu ihm gehört ein Haus. Also die Häuser werden gezählt, die Familien werden gezählt. Die Frauen sind eingefügt in einen Zusammenhang. Sie sind eingebettet in einen Zusammenhang. Sie sind beschützt, bewahrt. Dazu hat Gott die Männer berufen, ihre Frauen zu segnen, ihnen zu dienen, sie zu schützen und zu bewahren und die Ehefrauen sind mit ihren Männern ein Fleisch. Gott zählt sie nicht einzeln, sondern eins. Und die Kinderschar, die vielen Kinder, Gott lässt sie weg. Hier werden die Männer genannt. Es liegt sicherlich daran, wir lesen das dann im vierten Buch Mose Kapitel 1, dass eine Zählung durchgeführt wurde und das war eine militärische Zählung. Das heißt, die Männer über 20 wurden gezählt, die wehrfähigen Männer. Und das ist das, was Mose hier sagt, er sagt, 600.000 Mann in Wirklichkeit waren, brachte diese Zählung, die wenige Zeit später stattgefunden hat, also etwa, ja, ich weiß nicht, zwei, drei Monate glaube ich später, wurde das Volk gezählt, wurden die Männer gezählt, die wehrfähigen Männer. Das sieht man dann in 4. Mose 1 und da wird es genau aufgelistet und am Ende kommen 603.550 Männer raus. Und wahrscheinlich nimmt einfach Mose diese Zahl und sagt ungefähr 600.000 Mann ohne Kinder, weil er sich auf diese Zählung beruft, auf diese Volkszählung, die dann stattgefunden hat. Und wenn hier steht, ohne die Kinder, dann bezieht sich das natürlich nur auf die Zählung, denn gerade deswegen war Mose ja stur geblieben. Der Pharao hatte ihm ja gesagt, zieht doch aus, aber lasst eure Kinder hier. Nein, die Kinder müssen mit. Die Kinder sind natürlich auch mit ausgezogen. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf. Dazu Schafe und Rinder sehr viel Vieh. Das Vieh, darauf hatte Mose ja auch bestanden, beziehungsweise Gott, das sollte auch mitziehen. Das Mischvolk hier. Ja, ich fand es interessant, ich habe heute dazu eine Auslegung gelesen, ich habe immer auch so im Vorfeld gesagt, ja, Gott ist so gnädig, er hat auch andere Menschen errettet aus Ägypten. Auch andere Menschen sind mit dem Volk Israel ausgezogen. Und ich glaube, dass das eben auch wahr ist. Hier sind, Gott ruft viele Menschen dazu. Schon damals im Alten Testament sehen wir immer wieder, dass er Menschen aus den Völkern mit hinzugerufen hat. Ein ganzes biblisches Buch befasst sich damit. Ruth, eine Moabiterin, die diese wunderbaren Worte sagt, dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott soll mein Gott sein. Und Gott hat sie hineingefügt, sogar in den Stammbaum Christi. also Gott liebt die Menschen, auch die Menschen, die nicht nachkommen, Abrams, Isak und Jakobs sind, schon im alten Bund. Und gleichzeitig hat es eine Note, die später auch bedeutsam wird, aber da kommen wir gleich noch zu. Und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Broten, Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hatten warten können. So hatten sie sich auch keine Wegzehrung bereitet. Also in Vers 34 war auf die ungesäuerten Brote eingegangen worden, jetzt auch noch einmal, auch später geht Mose noch mal auf das weiter in Vers 40 die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel, aber die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja es geschah an eben diesem Tag, dass alle Herrscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Und das hier steht, an eben diesem Tag zeigt, dass die Israeliten tatsächlich auch in der Zeit schon sowas wie Bibel immer wieder, es gibt auch durchaus Feiertage, die Gott nicht befohlen hat, die sie gehalten haben. Erinnerungstage, zum Beispiel den Tag, an dem Jerusalem gefallen ist. Sie haben das in Erinnerung behalten, haben Fastentage in der Woche gehabt, aber auch jährliche Fastentage, um zur Erinnerung daran, dass Jerusalem zerstört wurde und der Tempel zerstört wurde. Und hier haben sie anscheinend diesen Tag, als Jakob mit seiner Familie nach Ägypten gekommen ist, diesen Tag, dieser wunderbare Tag der Versöhnung und des Wiedersehens von Josef und Jakob, diesen Tag haben sie irgendwie in Erinnerung behalten und haben diesen Tag gefeiert und haben tatsächlich auch die Jahre gezählt. Denn Gott hatte Abraham etwas gesagt und das haben sie wahrscheinlich in Erinnerung gehabt. In 1. Mose 15 Vers 13 Und Gott sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört und sie werden ihnen dienen. Man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Das heißt, die Israeliten wussten, dass es eine lange Zeit sein wird, die sie in Ägypten verbringen werden. 400 Jahre, hatte Gott gesagt. Und am 430. Jahrestag, als sie in Ägypten waren, zogen sie aus. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land heraus führen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen. Über das Wachen haben wir letztes Mal gesprochen. Wir lesen noch weiter in Vers 43. Der Herr sprach zu Mose und Aaron dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen. Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse oder Lohnarbeiter darf nicht davon essen. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinaus bringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern, wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles männliche beschnitten werden und dann komme er herbei um es zu feiern und er soll wie ein Einheimersche des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling der sich mitten unter euch aufhält. Darauf machten es alle Söhne Israel wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Ein interessantes Gesetz hier. Gott gibt dem Volk Israel Aufträge für das Passafest und er bezieht sich jetzt auf die Fremdlinge. Hier geht es um das Mischvolk. Hier geht es um die Menschen, die sich anschließen dem Volk Israel und die von diesem Fest angezogen werden, von diesem Fest der Befreiung, von dieser Erinnerung an das mächtige Eingreifen Gottes, an das Befreierwirken Gottes, an das Retterwirken Gottes. Sie werden davon angesprochen und vielleicht auch von der prophetischen Aussage, die dieses Fest beinhaltet. Ja, der Retter wird kommen. Gott sagt jetzt zu Mose, die Fremden, es wird welche geben, die wollen auch teilnehmen an diesem Fest. Und Gott sagt interessanterweise nicht, sie dürfen es nicht. Nur ein geborener Israelit darf es essen. Nein, er sagt, die Fremden, sie sollen es auch essen. sie dürfen es auch essen, aber sie müssen beschnitten werden, sie müssen in den Bund eintreten mit mir. Wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Aber wenn da jemand bei dir wohnt und nicht bereit ist, sich beschneiden zu lassen, nicht bereit ist, dieses Bekenntnis der Ruth zu sprechen, Dein Gott soll mein Gott sein. Dem sollst du nicht teilhaben lassen an diesem Passerfest. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die einfach nur dabei sein wollen und diejenigen, die wirklich diesen Gott, ihren Gott nennen wollen, die sich einfügen lassen in das Volk Gottes. Lass uns mal Matthäus 22 dazu aufschlagen. Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sag den Eingeladenen sie, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie Gute und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Ich will gar nicht so viel jetzt auf dieses Gleichnis eingehen, auf die ganzen Hintergründe und all das, was Jesus damit sagt. Wichtig ist hier nur, Gott lädt ein zu seiner Hochzeit. Er bereitet seinem Sohn eine Hochzeit. Wir lesen davon in Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes. Er bereitet eine Hochzeitsmahl vor und er sendet aus, es gibt Menschen, die werden eingeladen, sie sind eingeladen worden und sie lehnen die Einladung ab und dann sendet der König wieder Knechte aus, die alle möglichen Menschen einladen von den Kreuzwegen der Landstraßen und dann holen diese Knechte alle möglichen Leute rein, alle die sie fanden, böse wie Gute. Dieselbe Formulierung bringt Jesus, wenn er von der Barmherzigkeit und Güte des Vaters redet. In Matthäus 5, Vers 45 sagt er, Gott ist gut zu den Bösen und zu den Guten. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte und lässt regnen über Böse und Gute. Deswegen sollen auch wir uns so verhalten. Wir sollen nicht einteilen zwischen den Bösen und den Guten, sondern Gott liebt sie alle und will sie alle dabei haben. Das ist egal, ob du ein Fremder bist, gehörst nicht zum Volk Israel, du willst das Pascha Fest feiern, ja komm, komm hinzu, aber es gibt eine Voraussetzung, du musst dich beschneiden lassen. Und die Beschneidung ist ja etwas Äußeres für die Juden. Paulus hat gesagt, die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens. Vers 11, jetzt kommt der entscheidende Clou des Gleichnisses. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Er hat da nichts zu gesagt. Er fand keine Antwort. Er hatte sich reingeschlichen. Er war irgendwie dazugekommen. Irgendwie hatte er gemerkt, hier geht irgendeine Party ab. Hier geht was los. Boah, hier ist so viel Prunk und so viel Herrlichkeit. Oh, da will ich auch dabei sein. Und er hat sich reingeschlichen in die Veranstaltung. Es gibt Ausleger, die sagen, für eine Hochzeit damals in festlicher Umgebung war es üblich, dass Hochzeitskleider auch bereitgestellt wurden für Gäste, die irgendwie nichts passendes dabei hatten. Ich weiß nicht, inwieweit das zustrifft. Es wird hier von Jesus nicht gesagt im Gleichnis. Darauf kommt es aber auch nicht an. Es kommt darauf an, er hatte kein Kleid. Kein Hochzeitskleid. ihm fehlte das passende Gewand für die Veranstaltung. Er passte dort nicht hinein. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und diese Worte, das Weinen und das Zähneknirschen, das ist die Hölle. Das ist der Feuersee. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Viele sind eingeladen, aber wenige sind diejenigen, die tatsächlich da sein werden, die als die Auserwählten erkennbar, sichtbar werden am Ende. Und ja, es wird anscheinend auch Leute geben, die dabei sind, die aber nicht dazugehören und dann ausgesiebt werden. Worum geht es bei diesem Hochzeitskleid? Ich glaube, es geht um das, was Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt. Als der Sohn nach Hause kommt, mit seinen dreckigen Kleidern, stinken nach Schwein, umarmt ihn der Vater. in seinem Dreck. Das ist die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Er umarmt diesen Versager. Er küsst ihn. Aber dann ruft er seinen Knecht und sagt, zieht ihm das beste Gewand an. Das hat er ihm nämlich aufbewahrt. Zieht ihm das an. Wenn der Sohn jetzt gesagt hätte, nee, lass mal Papa, ich habe meine Klamotten so gerne. Das ist wie der Gefangene, der sagt, nee, lass mal, ich bleibe in meiner Zelle. Das neue Kleid, das extra für den Sohn bereit gehalten ist, dieser Sklave, der er war, in der Schweinekuhle, mit seiner Arbeits Arbeitsklamotten sozusagen. Er kommt nach Hause, er sagt, ich will einen Tagelöner. Nein, du bist mein Sohn und du kriegst die Klamotten, die die ganze Zeit bereit liegen für dich, frisch gewaschen. Du kriegst den Siegelring, der dich auszeichnet als Sohn, als Erbe. Du bist mein Sohn. Es ist die Kleidung des Sohnes, die er anbekommt, obwohl er es nicht verdient. Was bedeutet das geistlich? Galater 3, Vers 27. Das Wort Kleid kommt eigentlich von dem Verb etwas anziehen und zwar in etwas hineinschlüpfen. Und so sagt Paulus uns in Kapitel 3 vom Galater Brief Vers 26. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, ihr seid in Christus hineingeschlüpft. Ihr seid jetzt in Christus. Das sagt Paulus ganz oft. In Christus. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommen schafft und nach der Verheißung erben. Wir dürfen uns als Teil dieses Volkes Gottes sehen und betrachten durch Jesus. Das ist Gnade. Wir die Fremdlinge. In Christus sind wir beschnitten worden. Und das ist natürlich ein schönes Bild, die Taufe. Aber die Taufe sagt uns Paulus ist ein Sterben. Das Sterben des alten Menschen. Das Verlassen des Gefängnisses. Hinausziehen aus dem Gefängnis. In das neue Land hinein. Das Leben im Geist Gottes. So sagt er das auch Paulus sagt es auch im Kolosser 3 Nehmen wir das mal die Stelle Kolosser 3 Sagt er Vers 8 Jetzt aber legt auch ihr das alles ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbars, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Ausziehen, den alten Menschen ausziehen, ausziehen aus dem alten Gefängnis hinein in Christus, hinein in das neue Leben und das wirkt sich aus, es ist beides, das eine ist, du hast es empfangen, Christus ist deine Gerechtigkeit, wenn du in Christus bist, dann bist du geheiligt und rein und gereinigt von allem und das andere ist, es wirkt sich auf dein Leben aus, du bist nicht mehr der Alte. Wer in Christus ist, wer Christus angezogen hat, wer in ihn hineingeschlüpft ist, der ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. So sind wir berufen, dieses Mahl mit zu essen, wir essen es als diejenigen, die in Christus sind. Deswegen, wer dieses Mahl unwürdig ist, wer nicht in Christus ist, der isst und trinkt sich selbst Gericht. Du darfst daran nicht teilnehmen. Es ist zum Schaden für dich, wenn du nicht in Christus bist. Aber das Angebot steht, du darfst dazukommen, jeder Fremdling darf, aber lass dich beschneiden am Herzen, lass dich reinigen von deiner alten sündhaften Natur, zieh das alte aus, wenn da noch irgendwas ist, irgendein Lappen, der dir noch anhängt, irgendeinen Handschuh, den du noch nicht ausgezogen hast, zieh ihn aus und lass dich bekleiden mit der Gerechtigkeit Christi, mit seiner Heiligkeit. So darfst du teilnehmen an diesem Mahl, darfst es essen, darfst dich freuen an dem Lamm Gottes, dessen Bein nicht zerbrochen wurde. Johannes hat es zitiert, diesen Vers, und hat damit auch auf das Lamm Gottes, auf Christus, als das wahre Passalam verwiesen. Er hat uns gezeigt, ja, sie haben das sogar am Kreuz, wurde ihm kein Knochen gebrochen. Damit hat sich das hier erfüllt in Christus. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israel nach ihren Heerscharen geordnet aus dem Land Ägypten heraus. Dieses Sklavenvolk, es war ein Heer. Es waren die Heerscharen des Herrn. Diese Armen, diese Schwachen, sie waren reich geworden. In Christus sind wir reich. Vater, wir danken dir für das wunderbare Geschenk deiner Rettung und Erlösung und Befreiung. Das, was du dem Volk Israel geschenkt hast, gegeben hast und den vielen anderen, die mitgezogen sind. Herr, das Passafest als ständige Erinnerung bis heute daran, dass du der Befreiergott bist, der Rettergott. Jahwe Jeschua und ja, wir beten, dass du dem Volk Israel die Augen öffnest für ihren Messias, für ihren Christus, dass sie erkennen, wie Johannes gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt. Wir beten dafür, dass du Gnade übst, so wie wir Gnade empfangen haben, dass wir überhaupt dabei sein dürfen, dass wir essen und trinken dürfen, schmecken und sehen, wie gütig der Herr ist. Ich bete auch, dass du Befreiung in unser Leben hineinschenkst und uns hilfst, die Dinge abzulegen, die noch vom alten Menschen uns anhaften. Ja, und das klingt einfach und dann muss es auch irgendwie einfach sein, es abzulegen, diese alten Dinge, die zerstörerisch sind, die dir entgegenstehen. Ja, wir wollen sie jetzt ablegen. Wir bekennen dir, wir sind nicht rein, wir sind, ja, da ist Sünde in unserem Leben, da ist Unfähigkeit, da ist Lieblosigkeit, da ist, ja, Versagen auf so vielen Ebenen. Herr, wir bitten dich, dass du uns reinigst davon. Danke, dass du, ja, dass dein Blut geflossen ist zur Vergebung unserer Sünden. Und danke, dass dein Geist gekommen ist, um uns umzuwandeln, um uns neu zu machen, sodass wir wahre Israeliten sind, beschnitten am Herzen, mit der Freude über dein Heil erfüllt, mit wunderbaren Kleidern der Gerechtigkeit und Heiligkeit angetan. Herr, so wollen wir jetzt dieses Fest feiern und dich erheben. Amen.